Ich nehme gleich wieder meine Sternenzahne mit. Who are you gonna call? Prost, Bastards! Wow! Ich weiß nicht, wenn ich keine Lust habe, dann sage ich es mir. Okay. Who are you gonna call? Prost, Bastards! Da haben wir die gleiche Idee. Oh, ich habe die Kamera auch schon mit. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Was brauche ich noch? Ich nehme die Videokamera noch mit. Was haben wir für Aufgaben? Ach, warte ich dann. Ich schaue. So, der verfluchte Spiegel muss genutzt werden. Fotos von der Spurenmacher. Eine Zeichnung im Notizblock auf Videoaufnahme. Und mit dem Geist über Rundfunk sprechen. Rechnet jemand da Rundfunkler mit? Ah, das liegt bei denen. Nein, nein. Ich glaube nur Kirche. Ähm, ja. Ja. Ah, den Beichtstuhl kann man aufmachen. Wenn ich Fußspuren finde, sage ich das gleich können. Hey, da gibt es ja Licht in der Hütte. Es gibt in jeder Hütte ein Licht bei Lichtschalten, ne? Ja. Wenn sie aber zu oft verwendet, stammt sie kaputt, ja? Oh. Und nicht einfach aus Spass kaputt machen, weil ab und zu muss man alle Licht einschalten. Wo bist du? Ah, ich sehe ja. Leuchten sie bitte. Geil. Foto, oder? Ja. Ja. Und auf Video sollte sie so rufen, ja. Ah, fach. Ah, Video musst du zeichnen auf dem Notizblock. Ah, ja, stimmt. Leck die Kamera, die Videokamera vor dem Notizblock. Bevor sie sie nicht zeichnen. Erase. Erase schon. Na, 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 na. Akku, hast du einen Stosstermameter? Ja. Ich laufe wahrscheinlich mit dem Kerl rum. Passt. Au. Ah, er verschleppt mich wieder. Hilfe. Hilfe, ich bin in Gefahr. Er schleppt mich hoch für diesen Trottel. Okay, aber ich habe auch während er mich verschleppt hat nur so 20 Grad geht. Okay. Hey, servus. WB. Hello. Ich frage mich sowieso, welche Kirche so komische Käfer. Helfe aufhängt und Kalge. Hahaha. Ich verstehe jetzt. Das ist nicht, was du mitzeigen willst. Okay, da ist ein bisschen was. Was soll da jetzt reinit sein? Nein. Eine Kirchenküche. Das mit dem Thermometer hat man noch nichts gesehen, oder? Nein. Nein. Machst du, der Eingangsbereich da gilt überhaupt als Eingangsbereich? Das mit dem Thermometer... Ah, ich habe mal schon ein Kinderspielzeug, da der Rechenschieber gefunden. Das mit dem Thermometer muss scheindeutig sein, also so minus 20 oder minus 5 oder plus. Also in der Regel ist es, glaube ich, nicht so eine normale Temperatur. Er macht da gar nichts, der Kollege. Ah, Partikelzähler 500 bis 1000. Ah, ja, blutige Fußspuren waren es, gell? Ah, ja, genau. Das muss ja noch ekelhaft Blutfleck sein. Ah, Partikelzähler, wo ist denn der? Was hast du gesehen? 500 bis 1000? Okay. Ja. Im Rest hat er noch nichts gemacht. Ist ein Senior oder alt? Das Kinderspiegel... Ah, den Spiegel müssen wir noch finden, gell? Ja. Da ist nix. Wenn man meist so... 50 Grad geht. Plus, okay. 50 Grad. In der... Okay, entweder Vampir oder Marionette. Naja, Blutflecken, das wird ziemlich sehr, wenn der Vampir sieht, aber... 50 Grad... So. Alter Vampir, der hat schon die dritten. Das weiß ich nicht, sag ich nicht, na. Ja, na. Schauen wir mal, wo der Spiegel da ist, oder? Ja, ja. Und was gibt's denn da für einen Raum? Ah, was haben wir eigentlich noch für Missions? Äh, nur noch das auf Video aufnehmen, was er zeichnet. Das hat er jetzt wohl gerade gemacht. Ah, ja. Ist auch schnell. Also, wie man jetzt gezeichnet hat? Ja. Ähm... Er hat einfach nur einen schwarzen Klecks gezeichnet. Wow. Also, okay, es ist die Marionette. Da bewegen sich gerade Bücher in dem Raum. Ob's falsch ist. Irgendwo ist da ein Notizblock. Kritzelein. Ja. Die Marionette und der Vampir, die sind ab Level 10. Und das ist, glaub ich, der höchste Spieler in der Lobby. Ab für den Zeltes. Ja. Also, weil die Level 20 sind. Okay, ja. Weird Flex. Aber du... Flexst du uns auch, dass er schon Level 10 ist? Weil wir noch so Gurkenjäger sind. Ja. Kannst du es uns schon sagen? Ich bin jetzt mega erfolgreich jetzt dreimal. Ja. Ja, und ich wär schon mega tot zweimal. Ja. Ja, verschrei es nicht vielleicht diesmal auch. Ja, danke. Ja. Ja. Ja, er verschleppt mich. Arme Neu. Wohin? Ey, raus. Ich hab mich in den Friedhof gezogen. Ja. Ja, da fährt auch. Irgendwas. Ich hab den Spiegel gefunden. Ah, okay. Da kannst du schauen, wo er ist. Ja, ja. Aber das Problem ist, du wirst, glaub ich, wahnsinnig, wenn's dann in die Schau ist. Okay. Okay, EMF. Vier. Maximal ein Vierer-Ding, aber jetzt geht's. Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Aber ich glaub nicht. Warte, welches ist das EMF? Ah, nein. Das, das mit blinkendem Licht. Aber ich hab, er hat jetzt bis vier ausgeschlagen, kurz vor dem Angriff. Aber es gibt noch drei. Du kannst aber noch drei und fünf. Ja, ich denk so. Aber es macht nichts anderes. Es ist nur Marionette, oder nicht? Und das hab ich auch schon. Ich glaub, ich glaub, es war das Red 3, hat's unten angezeigt. Ah, okay, das kann auch sein. Ähm, was brauchen wir denn noch? Das Brettl, ja? Ich bin schon tot. Wir brüchten noch. Was, du bist tot. Ist hier alles nur grau? Ja, dann bist du gestorben. Ich kann nix mehr verwenden. Oh, no. Ich hab's nicht checkt. Aber in was bist du jetzt gestorben? Ja, in Corona bin ich gestorben. Wow. Also die Voodoo-Puppe tue ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich da keine Interaktion habe. Ja, das Voodoo-Brett wollte ich schon sagen. Jetzt wird alles kombiniert. Ja, auch am Rundfunkempfänger hat da noch nichts. Wo ist denn da überhaupt? Ja. Are you angry? Hello, Mr. Marionette. Please answer me. Hello, Mr. Marionette. Are you angry? Do you wanna say hello to me? Wanna be my friend? You're not my friend. You're my brother, Marion. Nein. Meinst du mir mal das Graffel ein bisschen weiter hinwerfen? Oder ich probier's mal. Vielleicht ist das ein Klischee. Was? Hast du jetzt einen Stimmverzerrer nicht oder wie? Nein, ich weiß nicht, was du redest. Ich höre nichts mehr. Wow. Spannend. Das war aber schon gut, nicht? Ja, aber... Hast du schon ein bisschen... Hast du die Pampers schon ein bisschen gebraucht, oder? Ja. Stimmt. Stimmt, ja. Hä, wo hast du das ganze Zeug an? Hast du schon wieder halte Zeit gepackt? Nein, das ist wirklich was. Also. Äh, Markus, wo hat er dich abgemuckst? Okay, musst du uns auch nicht sagen. Ja, er kann ja nicht mehr... Also wenn er Inge mit uns redet, er kann ja nicht mehr... Oh, er glaub, er guckt. Guckt jetzt, was sie sieht. Oh nein, warte. Schon wieder so verzerrtes Bild, gerade kurz. Ja, ja. Aber ich glaub, der Friedhof gilt da. Er hat mich nämlich bis der Osser verschleppt. Bis zu deinem Stein. Ja, ja. Ja, ja. Wilder Sieg. Ach, ach so, lass das Ding weg. Ach, die hat er nicht attackiert. Ich bin wahrscheinlich hot tot, wenn er mich jetzt... Ach, das Wütscherbrett. Das Brett wird ganz chaotisch drin hier. Ganz chaotisch? Okay. Äh, Wütscherbrett. Chaotisch. Brudergruppe, ich sag jetzt mal keine Interaktion. Den raten wir jetzt. Ich schätze, er ist aggressiv. Ich hab mich schon entführt. Der hat Markus schon getötet. Jawohl. Ja, ich bin einfach... Millionen schon hab ich gewonnen. Okay, Plasma Absorber, das ist easy. Dann haben wir noch das Schildern... Warte, schau mal kurz her. Ist gestein, dann machen wir noch ein Foto von einem Vampir. Ja. Wow. So, perfekt. Wir sollten aber immer noch eigentlich mit Rundfunk mit einem Räder, damit wir Geld kriegen. Passt. Wir brauchen... Ah, der Plasma Absorber, die silberne Bombe. Die Voodoo-Puppe liegt schon im Haus. Die Goldene Bombe. Und... Heiliges Feuer. Ah, das war das. Ah, du musst jetzt als erstes mit dem Plasma Absorber... Ja, den hab ich schon aufgestellt. Oh, ey, sie hat die Türe gerade hinter dir zugemacht. Ich glaube, er will die. Ah, dahinter hat der Kasten davor geschoben. Hm. Ah, der Plasma Absorber schützt den. Ich stelle mich einfach da her. Ah, ich weiß nicht, ob der schützt. Aber warte, ey. Doch, steht da oben. Das ist der. Ah ja, schützt, ja. Ich stelle mich da dazu, den kann aber nix. Bist du... Wah, du bist es. Mach das Licht aus, vielleicht hat er denn... nicht so viel Angst. Hm, das... Schrank ist leider wieder weg. Hm. Hm. Normalerweise gerade ist der Rucki-Zucki da mit dem Ding. Hallo. Ah, ja. Boah, was ist das mori? Hä? Wo ist das Ding, hast du es aufgenommen? Nein, ich hab's nicht aufgenommen. Er hat's weggestellt. Oha. Stopp. Ah, Knurren. Ah, Knurren wär's gewesen. Ja. Ja, ja, aggressiv. Hä, aber warum? Redet ihr denn nicht? Ist das Knurren nicht der Rundfunk-Empfänger? Nein. Doch, aber er hat nicht auf eine Frage oder so geantwortet, glaube ich. Ach so. Okay. Warte, jetzt hab ich wieder einen Schlag gekriegt, aber der Ding reagiert nicht. Der Plasma Absorber, obwohl sie vor Ort da gestanden ist. Okay. Aber sie hat's einfach weggecheckt. Erstens materialisieren, das haben wir doch, oder? Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht. Ich wollte mich jetzt vorher nicht verteidigen, wo er da vor dem Plasma gereingestanden ist. Hey, Stemi. Hast du ja immer noch den Druck gemacht? Mach schon wieder die Tür zu. Ah, ich komm nicht. Oh, vor und hinter mir. Hä? Hat er alle Türen zugekommen? Au. Ich hab ihm die Fackel auch nicht geschmissen. Und das Ding da reagiert nicht. Ah, jetzt steht's. Ah ja, er ist gerade ums Eck gestanden. Aber warte, nehmen wir das wieder raus, wenn das eh schützt. Uns fehlt jetzt eine Fackel, glaube. Nein, ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ah, okay, gut. Aber es hat... Aber es hat... Äh, nein. Die ist noch da. Okay. Aber ich hab ganz... Ich hab nur... Ja, ich hab ganz wenig geistige Gesundheit. Bei mir ist schon das ganze Hirn weg. Hä? Ich bin voll. Ich bin ja komplett... Ja, mir hat er schon zweimal eine reingekaut. Und einmal verschleppt. Weißt du, das ist... Okay, ja. That's the reason wahrscheinlich. Ja. Und was haben wir danach? Wo du Puppe, die habe ich eh. Die goldene Bombe habe ich eh in der Hand. Er macht gerade die Tür hinter dir zu. Ah, aber es leuchtet nicht so drüber. Jetzt hat er wieder auf da. Jetzt da kurz rummachen. Vibriert. Wir haben da gerade... Schlecht helfen. Die wir sind grün. Ja, ja. Das war's gut. Ich möchte, dass ihr jetzt da die Draune mal kaufen könnt. Mhm. Wie viel Geld hast du eigentlich schon zusammen? Keine Ahnung, ich muss noch... Du kannst einfach am Laptop schon im Van. Zum Beispiel, wenn wir's kaufen. Ah, echt? Ja, und sagst du da oben rechts das Geld machen. 10. Ah, 2600. Okay. Ja gut. Oh, ey Gott. Okay. Gut. Jetzt die Voodoo Puppe einfach. Perfekt. Goldene. Da ist die goldene. Und das Feuer hast du eh auch in der Hand. Ja. Hinter dir ist schon Türzug einer. Ja, ja. Ich glaub der will die. Ah, da rennt sie! Huig, einer Karl! Ghost, watch us! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, da isch der Markus. Huig Gott! Huig! Huig! Oh Gott! Bist du dort? Nein, die... Ich habe ihr die goldene Bombe ins Gesicht gekaut und sie ist abgeprallt an ihr. Und dann habe ich auch das Reflex, das Feuer... Feuer ohne ins Gesicht. Ja, aber das hat mir das Leben gerettet, weißt? Okay, ja Glückchen. So. Das ist eine goldene Bombe, ja? Ja, ich habe die Fahrt aus dem Regal gekaut. Ist das eigentlich... ...Polbe mit Besofasch? Sie ist einfach auf dem Regal gestanden, dann habe ich sie auch gekaut und einfach abprallt. Vielleicht hat sie gerade das Schild gemacht. Das wäre doch geil, wenn sie blocken könnten. Weil sie so Fähigkeiten hat. Ja. Mal macht sie einfach Kuh-Master-Ys, seht ihr den? Immer im Keller passiert mir was. Oh, ich Gott. Jetzt schon wieder! Jetzt ist es schon wieder abprallt. Ich warte jetzt auf einen Attack. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt sind wir da noch gestanden und es prallt einfach ab. Ich muss mir wirklich von Attack warten. Ich habe die bessere Taschenlampe mitgebracht. Hallo! Super, jetzt habe ich zwei Taschenlampe mit. Die größte Heine da. Da haben wir nie genug. So, jetzt gehen wir wieder in den Keller. Hätte er das Licht bei mir gemacht? Am Eingang. Wann da klingeln? Oh nein. Der Markus liegt da in der Fotostellung. Da ist ja der Spiegel. Okay, ja. Mit dem Kai ist ich mich verärgeret, glaube ich. Wenn ich da zu lange hinein schaue. Nein, steht jetzt nicht. Jetzt ist er schwarz. Wow. Oh, vielleicht ist der Markus auch ein verrückter Heuch gestorben. Au, sie. Ui. Das schreckt mich immer wieder. Ja, ja. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Komm. Oh, ich habe es von da gesehen. Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Pokéball. Hast du beide schon getroffen? Ja, ja. Ich habe ja gleich. So, willst du ein Pokéball? Ich überlasse dir die Ehre. Vorne ist sie, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt noch stirbe, sagst du, wie es ist. Die nomine patria spiriti spiritiustanimmung. Stand mir da ins Eck, den kannst du. Kannst du mich verteidigen. Ich bin jetzt eigentlich immer, wenn ich in den Keller gegangen bin, ist was passiert. Da, wo der Markus da in der Fotostellung ist. Nein, ich höre da Schritte. Ah, da ist er. Alles leuchtet noch nicht da, wo ich war. Eins auch. Huch. Wieder tausend. Boah, ich bin professioneller Exorzist. Sie hätten aber professioneller Zuschauer schrieben können. Nice, gut gemacht, Jungs. Danke, dass du dich für uns geopfert hast. Ja, immer gern. Nicht so bäst du dich. Dien. 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 Untertitelung des ZDF, 2020